Die Straße ist unser Lebensmittelpunkt. Unsere Trucks sind unsere Wohnzimmer. Logistik bedeutet für uns mehr, als von A nach B zu fahren. Logistik ist für uns das große Ganze. Warenströme zu verstehen, zu analysieren und zu optimieren, das ist unsere Kompetenz. Dabei setzen unsere Kunden die Maßstäbe. Und wir bieten die Lösungen. Individuell und funktional. In ganz Europa. Vielfalt ist unser täglicher Begleiter. Unser Fuhrpark bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Dabei drückt sich Stärke für uns nicht allein im PS aus. Unsere Stärke heißt Service. Allumfassend und zu jeder Zeit. Es ist die Summe aller Teile, die unsere Logistiklösungen zu einem Qualitätsprodukt werden lassen. Termintreu und modern. Umweltfreundlich und sicher. Denn nur so geht unserer Meinung nach echte Logistik. Paul Schockemühle Logistics mit der staatlichen Vorbereitungszeit. In der Zukunft. Untertitelung. In der Zukunft. Denktreus. Vielen Dank.